Nee. Ja. Wir haben auch ewig besucht, bis wir irgendwie das Kasmus bekommen haben. Wir haben uns fünf Raumwohnungen angeguckt. Aber... Es ist dort vorne immer so das Richtige. Bei uns ist es halt so gang und gäbe, diese Wohnungspolitik geht dahin, dass sie nur noch kleine Wohnungen finden. Also ein- und Zweiraumwohnungen sind scheiße. Ja, keine vier, keine fünf Raum mehr, nix mehr, gar nix mehr. Und da bist du echt schon manchmal ins Grüne gekommen. Also wir haben jetzt zwei Jahre, haben wir besucht. Und hatten wir uns jetzt vorhin eine fünf-Frau-Wohnung angeguckt, genau. Und da sitze ich so bei der Wohnungsverwaltung. Und wir haben uns doch versucht, einen Anruf reinzuholen. Und die, ja, es ist leider nichts mehr frei. Und dass ich ihnen üblichen könnte. Und ich plötze blöde aus dem Fenster bei denen raus. Und schiele rüber da. So ist ja... Jetzt sehe ich das jetzt da hinten richtig. Da sind zwei Wohnungen, nebeneinander frei. Guckt sie so. Ja, ja, warte mal. Ich bin dran gekommen. Es ist eine Zweiraumwohnung. Es ist eine Zweiraumwohnung. Ja, genau. Okay, jetzt fang ich mal ein bisschen an, rumzuspielen. Und da hab ich ja das so ein bisschen überbreitet. Sieh, oh, das kann ich jetzt selber nicht entscheiden. Die Musik mal mit der, äh... Beschäftigung, die wir vielleicht noch haben. Das war doch mal ein Thema. Ja, so legen wir das dann halt los dann irgendwann. Oh, halt das Geil. Du flotst einfach mal so aus dem Fenster raus und siehst dann mal was. Ah, guck mal da drüben. Okay. 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 Knochen. Yeah, danke.